Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber fachenden Aufnahme mit saftiges Gnu, Eddie Rhymes und Revinzeit. Und wir spielen natürlich, wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, Genit Adjusting. Und ja, ich glaube, ich muss dazu gar nicht weiter sagen, außer Content Warning, This Game Contents, Deceptions of Penises and Penetration. Press Escape to Quit, press Something Else to Acknowledge. Wir Acknowledge'n natürlich und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Es gibt Subtitles, wie es gibt Dialoge in diesem Spiel. Ich glaube, ich spiele es echt mit Controller, Alter. Ja, tatsächlich, obergeil. Oh, nice. Ja, astrein. Ich glaube, niemand hat jemals Obergär gesagt, als er das Spiel gespielt hat. Ja. Au, ich habe jetzt auf Teeok geklickt und habe mich gewundert, was ist Teeok? Ja, quitt rückwärts. Fuck my life. Offline-Multipeen und online-Multipeen. Schön-Multipeen, Alter. Geil. Viel besser ist, können wir uns mal bitte ganz kurz fragen, was der Story-Mode in diesem Spiel umfassen sollte? Ich habe mir echt überlegt, den mal zu spielen, aber ich weiß, ich glaube, du bist ein kleiner Penis, der halt zu einem erwachsenen Penis wird und halt verschiedene Aufgaben erledigen muss. Das ist natürlich auch klar. Story of my life, Alter. Jetzt im Prinzip ist das das Leben, oder? Ja. Ja. Eigentlich nichts anderes als irgendwie, weiß nicht, Second Life, nur mit Pimmeln. Nur mit Pimmeln? Der fickt nur. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin der Grüne. Okay. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder mit den Sticks schlagen. Oh mein Gott, Leute, das ist so... Fuck and be fucked. Okay, das ist ein guter Tipp. Nee, für mich auch. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich kann tatsächlich nicht mehr mit den... Vorsicht, nicht mit den Seifen. Nein, geh weg. Wer bin ich? Warte, ich will... Hä? Ich habe gewonnen. Ich habe richtig geil getickt gerade schon. Wie, das war es schon, hä? Hä, bei mir funktioniert nicht mal mein Controller oder so. Ich bin der Arschweckönig. Warte, ich will in die 5. Alter, wie viel Speed, ey. Ja, ich will das. Achso, ich bin hier der... Ich bin der Grüne. Scheiße, stimmt. Okay, jetzt endlich. Nee, das wäre nie okay. Das ist... Oh, oh, aua, aua. Oh mein Gott, der hängt ja mal in den Kopf fest. Was hast du für einen Iron Penis, ey? Ah, ah! Ja, gewonnen! Ih, da kommt Scheiße mit rum. Ih! Du spielst einfach... Hey, ich habe Scheiße gemacht. Ah, wir haben gerade Erdscher ineinander gehalten. Du hast meine Kackwurst aufgenommen. Oh ja! Ja! Warte, jetzt steckt dein... Was ist das? Oh, schon wieder drei Wochen nicht wichsen. Warte, warte, warte. Okay, das ist relativ widerlich gerade. Warte mal, ich glaube, ich bin safe. Warte, das geht. Warte, jetzt gib mir deine Hand. Ich glaube, ich bin safe. Oh, vor allem, ich werde immer länger. Ja, ich habe gewonnen. Wer denn wird länger? Wer oder der Tryhard, Alter? Wer sind denn die beiden mit der Kette um? Andere kaufen sich einen Porsche, er spielt General Jaws, den, Alter. Warte mal. Warte, ich wollte das gar nicht. Muss man auch reinmachen. Ach so, ich bin ja immer noch... Jetzt gib mir deinen Arsch, gib mir deinen Arsch. Ich will einen Ring machen, ich will einen Ring machen. Ja, komm, wir machen einen Mega-Ring. Warte, noch mal. Oh, das ist so falsch. Das hört sich auch so schmerzvoll an. Oh ja. Ja, richtig. Oh, meine Balls. Ah, die haben sich verdreht. Kennt ihr das, wenn sie die Klöde verdreht? Kann das irgendjemand mal aufnehmen hier? Danke. Funktioniert aber nicht wirklich. Ja, gewonnen. Ich check irgendwie nicht, wie ich meinen Kopf bewege. Warte mal. Ich glaube, aktuell steuerst du tatsächlich nur die Eier. Ich muss in das Arsch, das ist... Ja! Wuhuhu! Nie, mega. Ich muss jetzt... Tschüss! Revi ist aber komplett still. Der hat mich ja voll gewichst, Alter. Nice, Outfit unlocked. Police Officer. Mini-Skirt. Die Lootblatt. Was fällt denn da für eine Flüssigkeit rein? Äh, das ist Milch. Okay, jetzt verstehe ich auch, glaube ich, wer ich bin. Ich nicht. Du bist der Pimmel, Alter. Genau, ich bin der Penis. Ich bin der Penis. Guck mal, wir sind... Ach so, wir sind verschiedene Teams. Also los, Team Pink gegen... Okay, ich will jetzt auch mal try... Aua! Aua! Das ist echt nicht, echt nicht, Alter. Warte, ich bin jetzt Arschluck. Aua! Aua! Es gibt ja keine Punkte, ne? Es geht, glaube ich, nur darum, den anderen hier in die Brunner zu bouncen. Nee, danke. Oh! Geil! Tut mir leid, du musst alles alleine machen. Danke! Nice! Das war ich. Okay, wir haben gewonnen. Was haben wir jetzt? Oh, geil! Ne, jetzt los. Rückwärts, wieso? Ja, nächstes Mal. Ah, Eis. Ich bin doch orange. Nein, ich bin der Dunkel. Ich bin raus. Oh, Süßko, ich bin nicht gewonnen. Wo bist du hin? Aua, weg da! Schaut ab. Aua! Es tut weh. Es tut... Jetzt komm, Süßko mal selber. Ich bin mal ein, aber kann ich noch... Jetzt hör auf, Mann, ich bremse mich auf. Ich weiß. Jawohl, okay. Warte, wir müssen den da vorne jetzt auch noch, damit der langsamer ist. Ah! Oh, wenn man so... Guck mal hier, man kann sogar beschleunigen. Wieso beschleunigst du denn? Da muss ich so ein bisschen winden, wie so eine Schlange. Ach so, krass. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ich, also Leute, ich würde gern was anderes spielen. Ich schließe mich dem an. Oh Gott, was ist das jetzt? Na, warte mal. Oh, jetzt. Geil. Hier, komm. Steck jemand rein hier. Warte, warte, warte. Ich habe mein Gut verloren. Jetzt ist er weg. Was hängt? Ja, geil. Deswegen ist der Flotte dreimal so blöd. Einer sitzt da, macht hier nur... Hey, jetzt ist ein Witz. Bruder, das ist unser Bild. Geil. Was hier gerade passiert. Ach, genug ist raus. Ja, okay. Gewonnen. Hä? Keine Ahnung, wer jetzt nie gewonnen hat, Alter. Alter, wieso das Spiel? Das ist kein Spiel. Doch, ich mach das jetzt aus. Ich kann nämlich nicht. Real life. Ja, Freunde, das war hart verstörend. Also so wirklich auf vielen Ebenen sehr verwirrend und ein bisschen verstörend. Ich hoffe, es war aber auch vor allem ein bisschen lustig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.